Eis-Level. Hauptsache, ich bin am meisten noch aufgeschlitzt. Alles andere ist mir gleich. Schulti hat am meisten Schaden bekommen. Und am meisten Gegensteine. Ja, im Lauten bin ich gut. Im Lauten war ich gut. Sehr schön, ja. Ja, und wenn ich Schaden bekomme, ist schon gut, das wissen wir ja. Ja, ich schicke mich auch in voraus. Das ist gut, jetzt bin ich schon Level 8. Wow. Ich checke es zwar aber nicht. Weil irgendwo hat es mir angezeigt, ich sage schon Level 10 und jetzt bin ich irgendwie gleich erst Level 8. Du bist Gesamt Level 10, aber deine Klasse ist erst 8, das ist mir auch so. Aha. Wir hatten ja noch die Klasse gewechselt. Aha. Ah. Okay. Spaziergang am Toten Meer, das klingt doch schon mal gut. Äh, was kann ich jetzt da? Ah nein, das habe ich. Das will ich nicht. Wird auf Level 10 durch den Wolf. Oh. Sehr schön, das will ich. Ähm. Du hast nicht genug Geld. Ja, wie im richtigen Leben. Ja. Kein grosser Unterschied. Ja. Ich muss schnell getroffen. Nimm eine Flasche. Ja, nicht mehr Flasche. Du nicht heikel. Geil. Ich brauche 500 Gold. Ich muss mehr looten. Oh, ich will das Samurai Schwert. Oh nein. Die Axt wäre auch geil. Okay. Diese Version wird mit einem DLC freigeschaltet. Ja, super. Was für das Wacki Zashi, Nachkampfwaffen, müssen wir ein Level auf der höchsten Schwierigkeitsstufe abschliessen. Und dann kannst du mit Style schlitzen. Ja. Das würde ich gerne. Ich hätte es auch gerne. Vielleicht kommt ja das dann auch. Ähm. Aha, also ich bin gesamthaft Level 11, aber in meiner Klasse bin ich nur Level 8. Kann ich das jetzt richtig verstanden haben? Genau. Ah, und Revolverheld bin ich Level 4. Ah, okay. Okay. I see. Und wenn ich da draufgehe, passiert gar nichts. Aha. Gut. Ja. In diesem Fall warten wir jetzt einfach noch, bis das Kara wiederkommt. Wir haben nicht wirklich eine Option. Ich hoffe, dass er schneller ist beim Schiffen als ich. Vielleicht verbindet er das auch mit der Rauchpause. Weisst du, dann hol ich mir das Bier. Und ich... 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 Ähm... Du... Ähm... Mal... Ich bin bereit. Ah, schau, jetzt ist der Chuty gerade weg. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin noch nicht gegangen. Dann warte ich noch. Ah! Ah! Nein, nein. Er wollte nur ein Bier holen. Nichts, eigentlich. Die Piesspausen sind vorbei. Hallo? Nein. Nein. Ah, nein. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Level Easy Piessi heute noch durch, oder? Jerusalem. Ja, zweite Folge. Also, ja. Also, schon die dritte jetzt, oder? Also, mir kommt gerade in die Sinn, Jerusalem gibt es nicht mehr. Der heisst jetzt Thun. Nur so nebenbei. Thun. Ja. Aber das wissen nur die, die mein CIF 6 Let's Play mit der Schweiz gut kennen. Letztens. Tut mir leid. Habe ich gerade nicht geschaut. Ich habe die Schweiz überlebt. Ähm... Du, bis jetzt schlägt sich dort die Schweiz sehr gut, ja? Natürlich, sie wird auch von mir regiert. Wenn ich einen Staat regiere, dann kann das nur gut kommen. Haben Sie schon ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt? Ja, das ist bei uns eigentlich schon gang und gäbe. Seit 4000 Jahren vor Christus haben wir das schon eingeführt. Warum musst du denn die Credits sammeln dort? Was für Credits soll ich sammeln? Ja, du brauchst ja Gold. Zum Forschen, zum Kaufen. Ja... Das ist alles nur sekundär. Und meine wichtigste Frage ist, wer geputzt die WC bei diesem System? Ähm... Niemand? Ja... Die, die müssen. Also... Zuhause mache ich es manchmal. Stell dir mal vor, man hat jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie viele Leute würden jetzt noch die Gründe haben? Für was? Für das Spital und so. Ja... Oder eben zum WC-Putz... Sicher würden sie... Sicher würden sie... Ja... Hör doch auf... Sicher würden sie... Achso... Erdpflege wahrscheinlich schon, weil das ist oftmals auch eine Berufung. Aber das Reinigungspersonal, der z.B. den ganzen Scheiss desinfiziert, das würde ich keiner freiwillig machen. Doch, sicher. Also wir müssen einfach mega gut zahlen, ja. Ja, aber dann brauchst du ja kein Grundeinkommen. Mal... Das Grundeinkommen ist etwas ganz anderes. Oh, hey Jungs... Müssen wir jetzt wirklich über das Grundeinkommen reden? Dann müssen wir aber aufhören und zocken. Ich höre euch auf. Aber du machst es einfach sehr gut zahlen, sonst macht es niemand mehr. Was eigentlich ja für die Leute gut wäre. Während ich am Zombies killen bin, kann ich nicht über eine ernste Sache reden. Es geht nicht. Aber wenn du das Grundeinkommen hast, dann brauchst du ja keinen Lohn mehr. Nein, dann machst du einen Job nur noch als Berufung. Was eigentlich nicht? So einen Scheiss! Weiss ich nur, du kannst... Ja, okay. Ja, Entschuldigung, du dich schnell informieren. Ja, bitte. Bitte, bevor du irgendetwas zu verraten. Also nicht jetzt. Aber, ja, nicht jetzt. Was, jetzt bin ich gerade am googlen. Hör doch auf! Wir können dann schon mal noch einmal... Aber das würde bedeuten, dass extrem viele Leute extrem besser würden verdienen, als sie jetzt verdienen. Und das wäre eigentlich super. Oh, sorry, ich habe keine Munition mehr für Leisung. Ja, ich habe nicht. Dann machen wir aber jetzt Loot. Oh! Jetzt müssen wir Loot. Äh, da geht es wahrscheinlich hin, oder? Gut, mein Sampis schallt einfach. Warte schnell, aber da ist noch eine Tür! Ja, kannst du auf? Nein, ich habe keine Sprengladung. Nein. Alba, they're on to you! Multiple Swarms inbound! Mich würde interessieren, was Munition gibt da. Multiple Swarms! Ja, wir sind, wir sind fast da. Eine Armbrust, das kann eine Armbrust. Bitte, ich habe sehr gerne den Arsch gerettet. Ich probiere mal die Armbrust schlussend. Oh ja, mach das! Ah, okay. Äh, ich habe jedenfalls so einen Turm aufgenommen. Ja, dann stell doch auf. Ein paar Nixnetze, die ich herstellen kann. Zum Beispiel von hier. Oh, das ist so etwas dumm. Ich habe eine Sprengladung gefunden, falls es mal irgendwo die Tür gibt. Ah, verdammt! Äh, schuld! Hörst du mir nur zu? Ah, nein. So, danke. Dann hast du mir sogar das Leben gerettet. Wow! Ich muss doch gar nicht unbedingt die Munition verbrauchen. Ich spreng gleich die Tür auf. Mal schauen, was es so nice gibt. Es gibt ein Türchen. Und es gibt, äh, eine schwere Waffe. Also, wir haben noch 38 Sekunden, Jungs. Da gibt es noch mehr. Das geht noch als Medipack, ja. Stummgewehr. Oh, cool. Bull, 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 Bull. Ah, nicht nur Bull, sondern auch so einen blöden, vergassenen Scheisstipp. Ja, wir sind alle. Ich bin verreckt. Wo bist du? Äh, ich bin tot. Ja, wo bist du? Also, ich war infiziert. Das ist keine Chance. Ich muss warten. Die müssen jetzt 45 Sekunden lang noch ohne mich leben. Und der, äh, nur verwirrt meint. Nur so. Ich glaube, ihr müsst erst mal den Film schauen. Zum Grundeinkommen. Achtung, es geht los. Oh, ja, du, da geht es aber recht los. Wow. Das werdet ihr nicht überleben, Jungs. Bin ich da bei Jude unterwegs? Jude, kannst du bei mir hin? Weil ich da auch schön wegstehe. Was soll ich bei dir hin? Da auch bei mir hin, weiss ich. Da kann ich doch nicht. Bei dir hin, ist überhaupt nichts. Ja, ein bisschen. Hey, noch 5 Sekunden und dann spawne ich. Hoffentlich. Uh, jetzt kommen sie aber beim Skara hin. Wo bin ich? Wo braucht ihr meine Hilfe? Ist gut, da ist Atletik. Achtung, dort in die Mitte. Achtung von hinten. Achtung von hinten. Ups. Pull, pull. Ich bin die Schute. Ich habe es euch erledigt. Was macht ihr hier? Es ist scheisse, dass die hier von hinten kommen. Wer hat mich jetzt hier erwischt? Ja. Die rennen alle auf das Gitter hin. Ja. Können wir uns verteidigen? Ah! Ich bin schon wieder abge... Ey, Green Goal nicht angegriffen. Ich bin voll auch... Schuhe dich auf einmal. Oh, jetzt ist es einmal... Oh, das ist aber schnell angegangen. Äh... Oh, ich lebe ja wieder. Scheisse, Bruder. Oh nein, ein Scheiss-Bull noch einmal. Jetzt gerade, als ich beim Medikit zu sein wäre. Ja, ich brauche das Medikit, ich weiss. Was? Nimm es doch auf! Äh... Was macht das Kara für Übungen? Danke! Ah, ich bin out of ammo! Sag doch das! Fuck, das war jetzt einfach so richtig mega knapp. Weisst ihr das? Ja, das war wirklich mega knapp. Was? Hat jemand noch ein Medikit? Nein. Gut. Dann muss ich schauen, dass ich das überleben soll. Doch, ich... Warte mal, ich heisse... Ich heisse... Sogar... Da hängst du die Tür. So, ich... Oh! Da müssen wir es aufbauen. Da! Virusprobe nehmen! Virusprobe ist doch super, oder? Ja, ja. Das ist immer gut. Äh... Mühen wir da irgendwie durch? Oder was? Ja, rauf! Ah, da geht's rauf! Da habe ich noch lange zu suchen. Wenn der Behälter zerbricht, kann das schlimme Folgen haben. Kann man drauf, oder? Ja, ja. Wir sind nicht so schnell wie du, aber ja. So. Soviel zum Thema... Ruhe und so. Aha! Ich habe eigentlich noch den Schaldampfer drauf. Habe ich für ihr gelernt. Also, ich habe den Schaldampfer drauf? Was ist eigentlich das Problem? Ja, meine Start-MG hat den Schaldampfer drauf, aber den habe ich ausgetauscht. Eigentlich alles gut. Also, dahinten kommt es. Kommt man dahinten? Da war so eine scheisse Virusprobe-Marsch. Und das sollte die nicht, äh... Ah, ich hatte das ein paar Mal. Du jetzt nicht so weinerlich. Ah, ist das so? Dass man nicht so weiss... Zeit da... Screamer! Hinter euch! Wo ist der Screamer? Ah, da hinten. Und da so einen Bombenwechser... Nein, nein, Polizist, Polizist, Polizist! Ja, ich komme! Ja, danke schon. Irgendjemand ist schon schön gekauft. Alles gut. Hören wir den Screamer? Screamer down! Oh, da bekommen wir es wieder. Where's the damn door switch? Balcony up there! Ah, da hat es noch Munn oder etwas? Nein, Elektro-Ladungen. Hast du keine Sprengladung? Ähm... Ich auch nicht. Scara, wo geht es durch? Was? Auf und da vorne. Screamer, oder? Wo? Hm, gar nicht. Bin ich doch neu? Ja. tem... Spank? Was kommen von der anderen Seite jetzt? Ja ja, haben wir im Griff. Clear for now. Monik ist jetzt nicht, oder? Das wäre jetzt aber noch gut. Ja, es wird jetzt gleich runtergehen. Exit clear, move that. Das wäre jetzt glaube ich wieder ein Fall für Liesli, aber... Wäre es wahrscheinlich gewesen? Hör mal auf da ihr Pussys mit Liesli. Einen richtigen Mann hat Kalashnikov, die macht Lärm. Du hast schon von mir, hä? I can't make that jump. Du Pussy, kannst nicht mal kommen. Da gehts ja runter. Gehen wir nicht runter? Ich werfe hier runter. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch runtergehen. Aber ich habe keine Munition mehr. Kommt man da oben nur da? Sie kommen von hinten. Ja, der durchläuft, wir müssen erreichen. Und jetzt? Polizisten! Ich habe fast keine Schüsse mehr. Warte, der ist noch nicht auf. Doch, hä. Doch, hä. Die Munition wäre schon noch gut. Da gibt es. Jetzt ist alles geplündert. Ja, also momentan ist Munition das wichtigste. Nutzloses Gewehr, ich nehme das. Das ist aber echt nicht schlecht. Ich finde das recht cool, ja. Verbaldskasten!